Na auf, komm, zack, oh nein, nein, nur weil ich zu voll bin, so, ja, 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 das sieht hübsch aus, das gefällt mir, Blaze, du hattest vollkommen recht, ich bin mal recht, nein, das ist nicht wahr, na, ich glaube schon, so, wie macht man das denn jetzt, wie sortieren wir das denn jetzt, nach der Helligkeit würde ich sagen, was haben wir denn, naja, die müssen dann hier hin, so, hier haben wir nochmal diese Bretter und hier haben wir nochmal die Bretter, ja, das sind da, die haben wir genug draußen, die brauch ich gar nicht aufheben, die Dinge, ich brauche unbedingt einen Mülleimer hier drin, einen Mülleimer, auch noch bauen, ja, wie das Dixi-Blo-Klo, was ich mal gebaut habe, erinnerst du dich? Wie war es so ein Ding? Das Dixi-Klo, was ich mal gebaut habe, nee, auf dem Server, ach so, ja, stimmt, ja, zack, ein Ei geschmissen, kommt da ein Hühnchen raus, meistens in den Zaun, wo die Hühnchen drin sind, schon zu spät, aber es kam nix raus, da sind irgendwie überall Wölfe, ne? Ja, scheiß, ganz komisch, gell? Wölfe über Wölfe, über Wölfe, über Wölfe, meinst du, das wird ulkig aussehen, wenn das selbe Haus, weil das selbe Haus habe ich nochmal ungefähr in den selben Maßen nebendran, ja? Ja, in einer anderen Farbe, naja, genau mit denselben Farben, nur verkehrt rum, aber anders da rum, außen, genau, Kannst du machen? Ich glaube, das wäre ganz cool, ja. So, das rote Holz war das. So, das Haus muss aber ein bisschen höher werden, zweistöckig, aus dem Grund, das ist halt relativ niedrig. Wo machen wir den Eingang? Das ist mal wieder die Frage der Fragen. Ach, mal in der Mitte, weil es ja schon passt. So. Zack. Zack, zack. Zack. Oh, die sind ja schon gewachsen, das ging aber schnell. Ähm. Soll ich normale Dings reinmachen, oder Glasscheiben? Normale, oder? Ne, Klötze. Ähm. Ja, das ist eine gute Frage, gell? Wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Aua. Weiß es nicht. Guck mal, hier habe ich vier Dings reingemacht. Ja, ja. Und mach, setz mal zum Vergleich nebendran Scheiben hin. Würde ich mal sagen. Weißt, was ich meine? Ja. Ha, ist das cool. Ja, das gefällt mir. So, jetzt brauche ich einen Weg nach oben, damit ich weiter bauen kann. So, sind Scheiben. Ich glaube Scheiben, ne? Ja, ich würde auch sagen Scheiben. So, da ist mir das Holz ausgegangen. Zum Glück haben wir jetzt einen Vorrat. Wir müssen uns auch nochmal Dschungelbäume holen. Ja. Damit das genauso aufgeht. So. Wir helfen mal wieder hier mit dem Abrobben. So. Die wollen anscheinend dir nichts mehr geben. Doch, da ist noch eins. Huh. Da oben hängt auch noch eins. So. Den setzen wir noch und dann ist genug. Bleiben mache ich bei Sand rein, ja? Sand rein? Die Scheiben bei Sand. Ach so, ja. Ja, ja. So, jetzt kommt nämlich mein Problem. Das war's nämlich mit dem Sand. Äh, mit dem Sand. Mit dem Dschungelbaumholz. 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 Dschungelbaumholz, alle. Dschungelbaumholz. So rum. Dschungelbaum. 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 Ah, ich sehe schon hier. und dein Getreidefels, das blüht schon auf hier. Ja. Komm, steig die Treppen. Ladiladilad일atada. Dudududu. Dudu. So, dunkles Holz hat mir hier zu Genüge, wie man gut sieht. Wir müssen jetzt mal bis vor in den Dschungel latschen und uns wenigstens ein, zwei Seeds holen. Hallo Wolf. Und zack. Let's jump around. Jump, jump, jump around. Ich mag mich schon wieder da hinten über den Berg springen, aber ich muss wohl... Ich spring mal hier drüber. Zack, zack, zack. Du, 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 du. Vielleicht erzähl mal was. Ich weiß nicht was. Irgendwas. Erzähl was um Gott und die Welt. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Nein, gibt's nicht. Mann. Das war ein sehr unterhaltsames Gespräch. Danke, dass ich das mit dir haben durfte. Ja. Es war berauschend. Grandios, oder? Bitte? Es war mehr als grandios. Das kann man eigentlich gar nicht vergleichen wie schön es war. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich auch. So. Haben wir dann hier auch ein paar kleine Dschungelbäume, die ich hier schnell mal abholzen kann. Irgendwas nicht so ganz überdimensional Großes. Ich glaube es gibt nur diese Mega-Dinger, oder? Ich weiß nicht, also das sieht gerade ganz gut aus, auf denen ich gerade bin. Dann kann ich da noch ein paar Mal abholen, dann kann ich das mit dir klären. Aber du kannst doch dann den Kopf así auf und dann sind ja mal weg. Denn dann kann ich da schon mal weg sein. ... dann sehen wir das mit dem Kopf. Und kurz up.